Kalt genug, warm genug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, das Café Europa. Es ist das 16. Café Europa im dritten Jahrgang und eine Veranstaltung, die die Romanfabrik gemeinsam mit dem Institut Franco-Allemant des Sciences Historiques et Sociales durchführt, dessen Direktor Pierre Monnet im Moment die Bühne betritt und wir freuen uns, dass unter diesen Bedingungen auch ein paar Zuschauer hier im Saal sind. Es sind nicht viele, aber das akademisch wahrscheinlich auch genau, pandemisch genau so richtig angelegt. Wir senden diesen Abend auch wieder live über den Kanal im Internet. Es ist weltweit abrufbar, auch nach diesem Abend selbst. Das Thema heute ist die europäische Stadt. Denn die europäische Stadt hat Merkmale, die sie von traditionellen Städten, wenn man davon sprechen kann, in Asien oder in Afrika unterscheidet. Und dazu berufen sind zwei Referenten heute Abend. Ich stelle zuerst ganz kurz Peter Katschola-Schmal vor, Architekt und Architekturkritiker. Er hat an der TU Darmstadt studiert und war dann Kurator, stellvertretender Direktor, ist jetzt Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Ein sehr schönes Museum, umtriebig mit Ausstellungen, die in der Zeit gerade umgebaut wird, das ist das Museum. Wir freuen uns, lieber Herr Schmal, dass Sie der Einladung gefolgt sind und Ihren Beitrag leisten werden. Pierre Monnet wird unseren Gast aus Gent in Flandern in Belgien kurz vorstellen. Ja, danke Michael. Auch von mir aus herzlichen Willkommen heute Abend und dann viele Grüße auch. Ja, es ist mir eine große Freude, dann Marc Bohn kurz vorzustellen. Ein Kollege, ein Freund aus Gent, also das heißt aus einer Region, die schon seit der Römerzeit und dann im Besonderen seit dem Mittelalter als ein der am dichtesten urbanisierten Gegenden zählt, Flandern und Marc Bohn ist mit ihr wisst, war lange Zeit Professor an der Universität Gent, hat zahlreiche Publikationen zu den Städten, nicht nur in Flandern, sondern in ganz Europa. Mit der ständigen Frage, gibt es sowas wie eine europäische Stadt? Also vielleicht haben Sie das selbst erfahren oder die Erfahrung gemacht, wenn man ins Ausland reist und auf andere Kontinente plötzlich sieht man, dass es doch architekturmäßig, historischmäßig doch sowas wie eine europäische Stadt gibt. Aber welche, auf welcher Basis und Tradition, das werden wir heute Abend erfahren. Wir freuen uns sehr. Noch zwei Ergänzungen. Marc Bohn wird seinen Vortrag in englischer Sprache halten, aber das Gespräch später mit Herrn Schmal und auch mit Ihnen, wertes Publikum, Sie werden am Ende Gelegenheit bekommen, hier einzugreifen in die Debatte, in das Gespräch, wird auf Deutsch stattfinden. Ja, ich wünsche uns allen einen unterhaltsamen und lehrreichen Abend. Danke sehr. So, vielen Dank für die Einladung und nochmals Entschuldigung, dass ich nicht ganz gut auf Deutsch reden kann. Ich habe eine elementäre Notizien von Ihrer Sprache, aber das genug nicht, um einen ganzen Vortrag auf Deutsch zu halten. So, ladies and gentlemen, allow me first to thank you for giving me this opportunity to discusses with you some ideas on the importance of towns and how cities used to function on what may be the challenges of today's society and in the first place on how what we know about the historical European city may offer some insights in all this. Some years ago, the United Nations affirmed that in 2008 the proportion of the global population living in urban areas had reached for the first time in history 50%. They predicted that certainly in 2030 six out of ten people on this earth will be city dwellers and in doing so they echoed the many pessimistic predictions about the future arising from the frantic space of urbanization throughout today's globe. Existing cities, the report continued, will need growing difficulties to absorb this influx of residents and the ensuring crisis will be particularly extreme in much of Africa and Asia where governments are simply not equipped to address what will be overwhelming demands of housing, healthcare and employment. As I had the opportunity to argue in an article published already some years ago, it is useful to recall that this is not the first period of rapid urbanization in history and not the first to provoke fears of social-political disorder, mortal collapse and demographic disaster. Urbane history may reflect these spheres, but it also reflect hopes that urbanization has inspired, and as often it may be useful to gain insight in how historiography and social scientists in general have presented these shifts. For not only these gloomy predictions prevail, generations of historians have looked upon the urban phenomena and have considered it at given moments and in a given context to be also a token of progress and of modernization. When at the turn of the 19th and the 20th centuries history went through a much needed process of professionalization, one of the historical period under close scrutiny was the medieval period. For in this period, urbanization of Europe not only took off, making use of the grid of city life the Roman period had left across the Mediterranean Basin and in big parts of Western Europe, even the British Isles included. This existing network of Roman Kivitatis offered the new unifying order of the Catholic Church, excuse me, the grid to establish its own network of bishoprics. In so far that in many Europe, Kivitas became synonym of bishoprics. This is for instance very visible in that part of Germany where the remarkable development of urban life in the Rhineland was heavily influenced by Roman antecedents. cities like Strasbourg, Worms, Speyer, Mainz, Köln, Trier and Utrecht and their bishops who became also princebishops and some even imperial electors have an important role to play in centuries to come. But next, and bypassing this existing urban network, which we can consider as being the legacy of antiquity, the medieval period witnessed from the 11th century onwards to the 13th century a remarkably sustained period of continuing growth. agrarian growth and the process of commercialization and of transforming of surplus have turned the medieval city into producing, in some cases even an industrial city, in contrast to the consumer city of antiquity. The feudal world and its production system coexisted with the urban world without many difficulties. This explains the remarkable willingness of princes and lords to promote the development of markets and to grant urban rights in order to promote the development of markets and to safeguard those who participated in them. For example between 1240 and 1300 as many as around 300 new cities were founded per decade in the Holy Roman Empire. In this period cities became symbols of individual freedom, of economic success and social promotion. Stadluftmachtvrij, to cite once again the often quoted sentence. As such the success of the medieval city became a source of inspiration in that other period in which European society seemed to reach other important milestones in terms of economic growth and accumulation of wealth in the 19th century. Of course 19th century romanticism had already rediscovered the medieval past and had it celebrated in literature, in architecture, in the arts, in the opera, etc. In so much that a more scientific oriented reaction and a closer scrutiny through the eyes of professional historians had become inevitable. And some giants of historiography have within this rediscovery of the medieval history privileged urban history. After all were not the urban societies of old Europe one of the main legacies of the medieval past. Together with universities, religious orders, the emergent national states and detail identities. Among the earliest scholars who have put the subject on the research again the two scholars stand out. First Henri Piren, with his early interest in how medieval urban institutions functioned. And his subsequent synthesis of what he labeled the urban democracies. And secondly Max Weber who considered the European medieval city as one of the most important legacies to modern society as it had constructed a specific society based on a mutual contract between its citizens. In that respect the European medieval city was not unlike the polis and civitatis of antiquity an original and specific version of city in world history. Since the days of Weber and Piren, many of these views of course have been completed, have been corrected. The early democracies of Piran, for instance, have been reduced to the persistent plutocratische organization they often were. Nevertheless, visions like those of Piran and Weber continue to inspire research programs and exert an influence still today. First of course the idea that in the medieval city an experiment with political participation was going on that had over the longue durée a decisive influence on the birth of Republican ideals and thus may have inspired the modern experiments with democracy. This is a strong idea that from time to time perhaps shows up, sometimes in a relatively unexpected context. At the end of the 20th century, in the context of the end of the Cold War, of German reunification, of the collapse of the Soviet world and the apparent triumph of the free market, a political thinker like Francis Fukuyama even announced in a provocative publication, quote, the title, The End of History and the Last Man, published in 1992. He announced that history had become to a standstill and that the liberal market, a dominating society, was to be the norm for the future. In this climate of neo-conservative ideas, specific theories concerned the role of cities as Loki where changes to place flourished, but remarkably not only on the right side of the political spectrum. Let's recall for instance the ideas of the sociologist and political scientist Robert Putnam, whose bowling alone, 1995, on the decline of social capital in the American society, and another publication, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, 1993, made an argument about the ongoing force of bottom-up organizations with a clear corporatist character, as being the motor per excellence behind continued political and social change. And in this context, urban middling groups were considered to be the driving force, capable to realize social peace and progress. Or to refer to another influential scholar, the opinions put forward by another American political scientist, and also an influential advisor of American Democratic President, Benjamin Barber, in his publications, I quote the title, If Mayors rule the world, dysfunctional nations rising cities, 2013. Note how in this last time all a strong antagonism between city and state is put forward. I come back on that. For Barbara it was clear, nation states had become dysfunctional, while cities were much better prepared to take the lead when it came to formulate an answer to the challenges present-day society has to face. The historical experiences accumulated over centuries of urban history became in that respect a source of inspiration. Considerations on the impact of urban institutions, like these formulated by Putnam or Barbara, were reinforced by the opinion that cities were also centers of cultural production and hubs of creativity, in which again a clear, outspoken optimist connotation became very audible. Perhaps the most outspoken among these is the opinion, which was indeed much debated and even criticized, of Richard Florida in his publication of 2002, The Rise of the Creative Class. Florida's theory asserts that metropolitan regions with high concentrations of technology workers, artists, musicians, gay people, in short a group he describes as high bohemians, are prone to produce a certain level of economic development. These groups, he labels collectively as the creative class, are, in his opinion, responsible for an open, dynamic, personal and professional urban environment. And this environment continues to attract even more creative people and in doing so provokes a self-sustaining and reinforcing process. Florida, an urban planner by Formation, suggest that attracting and retaining this kind of high quality earth talent would be an excellent primary use of a city's regeneration of resources for long term prosperity. Many of these and similar theories have been criticized, have been corrected, sometimes by their own authors. The same Richard Florida published in 2017 a sequel to his work under the title, quote, The new urban crisis, how our cities are increasing inequality, deepening segregation and failing the middle class. And what we can do about it, end quote. It becomes clear that after a wave of optimistic views on the role cities could play in the way societies function, some more realistic views emerged, taking into consideration the problems uncontrolled urban development could in itself provoke. But what remains was the vision, clearly advocated by Barber, that states were seen as too big and too far away from the daily problems citizens had to deal with, while cities and their local governments were much better prepared to face these problems, which in the context of the care for environmental issues becomes again nowadays very, not only problematic but interesting. In the actual debates concerning how to cope with global warming up for instance, mayor's of big cities often take the floor as their experiences allow them to formulate concrete solutions. For even if one considers that in many aspects cities and their local embedments are better placed to be able to formulate answers to many of today's societal problems, that the nation states could, as they had developed from the 19th century onwards to the welfare states we know since World War II, there remain some typical problems that are inherent to the concentration of city dwellers and the constant influx of new people. The positive assessment of the effects of urban life and urban organizations in a cooperative way, in the tradition of Max Weber, remain strong among others in German historiography. In a survey of German medieval research, Otto Gerhard Huxle concluded that historians now agree that medieval society was as much a communal society as a feudal society. And in the line of Weber, he emphasized the importance of brotherhood-like organizations in urban society, in the organization of burgers, of artisans, of religious and economic organizations, in the maintenance and inculcation of peace and control of behavior. Peter Blikkele, another German historian, inspired both by Weber and the Lamprecht tradition of the late 19th century, has pleaded for years, not least in European programs concerning the coming about of the modern state, that the notion of communalism captures the ethic of medieval society just as much as other concepts like feudality, parliamentarianism and so on. As often with historical and general considerations, there is of course another side to the coin. For if one looks to the other side of the political spectrum, we should not forget how the same corporatist thinking in the 30s and 40s of the 20th century have been inspired by a certain vision on how the medieval city was organized, turning the ladder into a source of inspiration for corporatist organization of society by extreme right-wing and fascist states. Urban history has also continued to develop. As the American sociologist and historian Charles Tilley argued in 1996 in an article What Good is Urban History? The study of urban experiences allows to study in detail and on a workable scale human behavior and historical processes in their full complexities. If one is to quote the title of one of Tilley's most influential books to study large processes and huge comparisons, then towns allow for a convincing answer to huge and large questions. In 2013, the British historian Peter Clarke, for several years one and still one of today's driving forces concerning the practice of urban history in Europe, supervised and coordinated the comparative volume The Oxford Handbook of Cities in World History. Penelope Corfield, from University of London, formulated in this publication some stimulating conclusions to this first attempt to formulate a synthetic view on urban history on a global scale. She is situated to a present day knowledge concerning cities in history within three great narratives that in her eyes are dominant. The first one has firm roots in history. Looking at history as being a cyclical process leads us back to the Islamic thinker Ibn Khaldun and 14th century Noord-Afrika. Ibn Khaldun stands out still today as one of the most influential and original thinkers concerning the cyclical nature of history. He stated that, and I quote in translation of course, the goal of civilization is sedentary culture and luxury. And when civilization reaches that goal, it turns towards corruption and starts becoming senile as happens in the natural life of living beings, end quote. Living in a town, produced civilization, produced luxury and thus in this view paved the way to effeminacy, to corruption and decay. Even Khaldun is no exception. His theory offers a far echo of the condemnation of urbanity that was rather common among Catholic clerics in the Western Middle Ages. For what really happened in cities, when urban growth did take off, roughly speaking during the large 12th century, was of a nature to cause fear and anger among these same clerics. A much-coated contemporary observer, Guibert de Nogent, provides us with an early echo of this fear. He was an eye witness concerning the uprising of the inhabitants of Lens, in Northern France, against their lord, the local bishop in 11 and 12. A classical event, well known in the history of urban emancipation. The citizens adopted the Communio, an oath sworn for mutual help, and planned to murder their bishop, which effectively they did. Communio was to become Lens' battle cry. For Guibert there was no room for doubt. The Communio of the Burgers of Lens was a conjuratio, a conspiracy, not only against the bishop, but against the order and hierarchy as given by God himself. His view implies a rejection of urban development, of the new economic activities in trade and industry, of the accumulation of wealth by free burgers, and of the clear desire for freedom and emancipation from the feudal, rural and traditional world of the past. As Penelope Corfield observed, I quote, I quote, Cycles of a universal growth and decay, and quote, are not universal. And so the clerical suspicions on all things urban is not universal neither, though it finds easily echoes among the theories that embrace a cyclical view on history, once the absolute control over history and historiography in the hands of the Catholic clergy had waned away. Such a late cyclical theory is offered by the in its time much acclaimed book by the German author Oswald Spengler on the fall of Western civilization. In that influential book referred to by the shortened title of The Untergang des Abendlanders, we are confronted with the intellectual despair during the Weimar Republic, situated in the 20th century Germany in the winter phase of human history, characterized, and I quote again in translation, the tendencies of an irreligious and unmetaphysical urban cosmopolitanism, underlined urban. The second grand narrative, Cornfield's concerns, is the linear vision of history. And again, sources go back deep in Western history and philosophy, to Saint Augustine's days as a matter of fact. Since in his Quivitas Dei history was looked upon as a progression, an upward journey towards the shining city on the hill. In the course of the 18th century, a secularized version of linear change was developed. It looked upon history as an ongoing, unstoppable progress of gradual improvement, spreading literacy, technology, political liberty, and finally progress for a great number of human beings. City dwellers, not surprisingly, were considered being among the first beneficiaries of this remarkable progress, and even responsible for its existence. One of the leading historians of the generation that witnessed by the end of the 19th century the breakthrough of scientific positivist history was the Belgian historian Henri Pirenne, son of a successful entrepreneur in textiles in the booming industrial town of Verviers. He became the incarnation of renewed urban history and the voice of a generation of historians firmly believing in progress and liberal politics in the context of the 19th century nation-state. His interpretations, although perhaps most clearly summarized in his ancient democracy, reached their widest audience in the little book he published after his grand tour in the United States in 1923, medieval cities, their origins and the revival of trade. But if his vision reflects the optimistic views concerning the ever growing capacity of science, and also of historical science in general, as they were dominant in the decades preceding World War I, after this cataclysm, optimism made way to scepticism. Scepticism about society's foundations, and especially about progress, and modernity was now the rule. Doubt also about history's capacity to trace clearly any such development, and thus to serve as a guide in making choices about the future. Urban history itself deemed beside the point, for it could no longer serve as the laboratory for studying progressive modernity. A single global pathway leading to sustained progress and more liberty is, as argued also by Penelope Carfield, too simple for universal applications to all urban trajectories. A third and last major narrative she looks into considers the Marxist narrative for which conflict and revolution was central. History is no longer regarded as a steady winding road towards more emancipation and progress, a long, tranquil flooding towards a shining future, but rather as a succession of revolutionary jumps forward. And cities, in that view, were crucibles for revolution, putting face to face on a restricted space, capitalist entrepreneurs and merchants on the one side, and their victims, the masters of resentful and exploited workers on the other hand. Cities were the places where society's tensions came to explosion, and where the end of history the final stage of a series of conflicts would be staged. As such, Marxism drew elements, both from cyclicality, the notion of inevitable economic stages, but also of linearity, the utopian view on the end of history. But if we are prepared to look more closely to how it was put into practice in recent times, one cannot but see how its political experiences were characterized by a double-faced view on cities. On the one hand, cities had to be transformed, often with an impressive dose of violence, into places where rural populations were herded in order to extract them from the idiocy of rural life and empowering them in the massive urban settlements, as was imposed by leaders like Stalin or Ceausescu, for instance. While at the same time, cities could also foster decadence and opposition to one-party rule, resulting in a movement away from the city. And in that move, leaders as Mao Tse Tung or Pol Pot, drove city dwellers massively to the countryside, where they seldom, if not at all, discovered the revolutionary power of the pure peasantry, but were certain to meet in most cases death and perdition. To be short, as in the case of linearity or cyclicality, the model of revolutionary change does not answer for all potential outcomes of urban experiences. Elements of these three great narratives are, so Corfit concludes, to be combined in terms of pluralist processes, open-ended in terms of outcomes and thus not in a determinist and ordained mode. Does that imply that, as is often remarked, that history is worthless, as it offers answers in all directions, allowing each interpretation of past facts to be interchangeable and equally valid, a kind of overstretched hyper-relativism with postmodern thinking has reinforced. The question however remains, what were exactly the legacies of medieval cities? Again, in considering these, inevitably some of the themes already put forward by Max Weber come to mind. The medieval communal ideal, giving way to the emergence of the burger, the typical inhabitants of a burger, rejoicing in a set of individual rights, and at the same time engaged in a collective enterprise, of responding to a set of duties and responsibilities may have been the most striking element. Aaron Gurevich, a Russian historian, but very close and linked to the school of the anal in France, already pointed out in his essay on medieval cultural categories, how the medieval burger was a quite exceptional phenomenon that appeared in European history, and was as such not present in contemporary Byzantine or Islamic societies. And indeed, it refers to what I already mentioned, that communalism deserves as much attention as more traditional and less contested topics like feudalism or parliamentaryism and joy. These are rightly seen as essential contributions from Europe's medieval past. The communal element in urban history came to the foreground and was named as such when cities reached a level of economic and political influence that put them in a special relationship towards traditional powers that were, the church and or the princely state. This different level of development explains why communes were for instance abundantly present in Northern and Central Italy, while they remained absent in the South. In the Latin region, the Norman conquest, followed by the repression of the communes, prevented a similar flowering of a communeal movement, which could have been possible given the important urban development in the preceding Byzantine and Islamic periods. Following a similar logic, cities along the Baltic coast were precrocious in development formulas of auto government, while these barely touched Central European cities. The communes of the first generalized movement that touched the Flemish and Picard area, in north-western France, and northern Italy in the years 1070-1130, were based on a mutual oath between free burgers, a conjuratio indeed, meant to guarantee freedom and peace within the cities. Apart from the relationship with the outside world, the commune has thus redefined the internal urban organization. Another element of Weber's archetypal city, thus comes to the foreground, the existence of self-governing institutions. In Arezzo, in Tuscany, a private deed of 1098 already mentions the presence of two councils, and a former letter of the Pope, addressed to the Universitas Civium, allows to reaffirm the early existence of an autonomous urban body politic. Political disorder and fragmentation of power in the feudal Europe of the Central Middle Ages also gave a decisive impetus to the communeal movement. In many cities, the power of the local bishop was no longer capable of imposing the peace in the city. One of the oldest communeal statutes known, that of the city of Pistoia, also in Tuscany in 1117, obliged the local councils to guarantee peace in the city and in the surrounding cantato, covering more or less the territory of the diocese, the kivitas of old times. And the oldest communes in northern France all were established in episcopal cities, in Cambrai, Saint-Quentin, Beauvais, Doyon, Alain. They all testified to the growing distance between the interests of the economic elites within the cities and the feudal power base of the bishops. They were all closely linked to the peace movement and provided an armed response to the arbitrary power exercised to the disadvantage of the cities. By the end of the century, a shrewd ruler such as the French king Philip August, author of no less than 28 communal charges between 1180 and 1190, succeeded in merging his own political agenda with that of the urban peace movement. And some decades earlier, the same had happened in the county of Flanders. A century later, the representatives of the same great cities of Flanders were able to step forward and play an important role in the international politics, before all concerning commercial treaties. And they did so as being the Scabini Flandriae, the aldermen, no longer of a single city but of the county of Flanders in itself. A clear proof that typical urban institutions, such as the aldermen, could grow in their representative role and functions, so that their action embraced the whole of the county and beyond. In Rebarian logic, the right to autodetermination and self-rule within the city, characterized the medieval commune. But under the level of the public administration, personified by the aldermen, by consuls or other officeholders, who acted both as local judges and political administrators, a very complex, multi-layered system of associations, combining a religious, charitable and professional form of solidarity was at work. It provided a reservoir of ambitious men who acted in the public sphere because they felt co-responsible for what became their leading principle, the public good, the bono commune. Older historiographie constructs have overemphasized the differences between cities governed by aldermen and thus under the regime of consuls, for instance. But what finally may have been the nature of the urban governments, the way according to which the aldermen, the consuls, the jurats, the échevents, the rigidores were designated and the relationship between the different levels of authorities that intervened in the process, one fundamental guiding principle derived from Roman law remained valid. . What concerns all has to be negotiated and approved by everybody, though in origin a principle was conceived in order to settle claims on private property. In reality, many urban governments tend to become dominated by a small oligarchie, and the manifold rules and procedures guiding and directing the many elections did not always guarantee an outcome that corresponded to another early 20th century liberal dream of urban democracies. Of course the urban governments were based on the mandates officeholders were invested with after a successful election. But already the fluctuating numbers of the electors, demanding preparing elections on the level of parishes, of quarters, of guilds, of corporations, confraternities, or even simply by gamble, or the way decisions were reached referring at sometimes the major parts and at another occasion the senior parts, being on the one hand the majority, and on the other hand the wiser part of the electorate, all elements contributed to the effect that a straightforward, so-called democratic procedure was almost never realized. The multilayered level of selection and decision was reflected in the political structures that were the final outcome of the process, and that in an overwhelming number of cases had a threefold aspect. At the base is a general assembly, composed by all inhabitants having full political rights, a meeting that had theoretically sovereign and decisive power. On the second level a more or less restrained council, composed by the representatives of all participating bodies, such as guilds for instance. And finally an executive body consisting of the alderman or consul who were supposed to handle daily political and financial affairs. This political structure was even architecturally reflected in the oldest civic palaces conserved in the northern Italian communes in Brescia, Verona, Bergamo, Cremona, where in each case a big loggia at floor level open to market activities and ready to receive the popular mass meetings surmounted by a series of rooms where the council and the lord major and the alderman could convene, supported in an almost literal way by the underlying bigger meeting of the populo. In a later phase, around the middle of the 13th century, both in the big urban centers of central Italy and Bologna is a well documented example of this, but also in Flanders, in Lille, in Ghent, in Bruges, a new central market square was constructed, often an important and costly enterprise which resulted in an open public space ready to stage public political meetings. The city not only acted as a positive force assembling and uniting the strength of its individual burgers, it also defined the limits of citizenship and regulated the market of newcomers and the access to the social, juridical and political protection it offered. Indeed, even in the harsh times of demographic crisis, the cities continue to attract newcomers, despite the so-called urban graveyard effect it exercised. To many therefore, the advantages of living in a city clearly outweighed the disadvantages so that the inherent risks were accepted. The city however did judge the possible newcomers sharply. Once urban accounts become available in the course of the 14th century, in many parts of Europe, a special kind of fiscal measure appears to be put in place to punish those who were judged unprofitable for the city. And if pecuniary measures did not result in the expected effects, then banishment or the forced expulsion out of the city and away from its protective services was the result. The banned individual who dared to transgress this measure put his or her life at risk. The medieval city therefore introduced not only a set of urban-based amenities able to make life easier and to respond to some basic social needs, it also drew clear lines as to who was and who wasn't to be able to have a share in these. And so influenced and modeled social behavior, labor and financial possibilities. It produced, in other words, it down marginals and the collective fear for marginal behavior that went with it, and the stock of repressive behavior towards sleepers, gay people, Jews, beggars, etc. Since being or not being a burgher and thus having access to the rights and duties, citizenship and compass was essential, it profoundly marked the later development of European society in a way other civilizations who had a different approach to the rights of individual burgers did not offer. To conclude, the most precious objects, conserved in many urban palazzi, must have been the arca-communies, containing both the archives and the financial documents of the commune. Urban emancipation in the central and late middle ages, an urban government and self-government, were epitomized by the organization of urban memory and the breach it provoked in the clerical monopoly on the written word. This urban pragmatic literacy is testified from the 12th century on. First in the northern Italian cities, where each development of the body politic of the city went hand in hand, with a quantitative and quality jump forward of the documentary power of the city. Together with a pragmatic literacy, a great tradition of urban ideology came into being, in which inspiration from both Roman and canon law, a thought in universities, and concepts formulated in the context of clerical reform movements came together, came together to give birth to a certain urban ideology. Marcel Joff Padua's defensor Pakis of 1324 can stand as an early example, but there are more others, of course. Prior to this intellectual high point, quite a similar practice developed in Italy from the late 12th century onwards, aiming at pacifying internal feuds and conflicts within the urban elites. A similar movement of diffusion of a set of rules and practices can be observed in the spreading of urban rights. For example, the right of Louvain in the low countries, of the modest German town of Soest, which was adapted by much bigger cities as Cologne and Lubeck, the latter, the latter influential for an impressive number of urban centers along the Baltic coast. Far from consisting a prelude to a kind of European unification, this refers to a cultural determined imitation and emulation. A spatial dimension was added when the political contract among citizens and between the body politic of the city and the ruler, be it the bishop or a secular prince of sovereign, was re-enacted at each dynastic succession and at the occasion of each renewal of benches of aldermen. The mutual set of rights and obligations was read a lot, an oath taken, and if necessary discussed and debated. In this respect again, the European medieval city was the hotbed of liberties, but in the medieval sense, not of individual cities, but of collective enterprises. The medieval civitas is a variant of the universitas in which justice, peace and concord are but manifestations of a higher, almost divine love. A community is therefore also, and in the first place, a religious community. Belonging to a city means not being infidel, heretic or dissident. And again, the twofolded nature emerges. The urban community creates and reinforces bonds among its members. It excludes without compassion who does not comply. We should be conscious, and present-day movements of decolonization remind us to remain exactly that, that of course Europe did not invent urban life, far from that. The already mentioned first attempt to give a global overview of urban history, learns that outside of Europe other civilizations, in the Middle East, in Asia, and the Americans have given birth to highly developed urban societies, often preceding and exceeding both in time and in technicality what came about in Europe. The latter however, being original in bringing about the prototype of the urban citizen, bearing collectively responsibility for the fate of his, and it took centuries for allowing also her community. I thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Grundumschlag, der nicht so leicht zu erwidern ist. Sie haben ein sehr großes Bild gezeichnet und Sie haben sehr stark auf die mittelalterliche Stadt und Ihre Institutionen und Ihre Bürger sich konzentriert. Und da stellt sich natürlich die Frage für uns heute, was sagt uns das? Wo stehen wir heute? Was haben wir davon? Dass wir solche exaltierten zivilisatorischen Gründungen in unseren Städten erfunden haben, die immer noch auf uns einwirken. Und was hat das Ganze gebracht? Also wo führt Ihrer Meinung nach diese Erfindung im Mittelalter in Europa, führte die nicht zu den weiteren Entwicklungen, die sich dann ergeben haben und die dann dazu führten, dass das, was wir europäische Stadt nennen, zum Beispiel im architektonisch-städtebaulichen Sinne, eine Erfindung ist, die eher nicht mittelalterlich ist, die eher etwas vielleicht aus dem 19. Jahrhundert ist, wo wir erkennen, wo wir erkennen, dass das, was weltweit exportiert wurde aufgrund der europäischen Kolonisation, eigentlich ein Stadtmodell ist des späten 19. Jahrhunderts, der industriellen Zeit, wo Europa dank seiner industriellen Erfindungen für eine Weile das Weltgeschehen dominierte und sich aufmachte, die anderen zu erobern und bei dem Erobern ihre Idee von einer europäischen Stadt mitbrachte. Wir exportierten doch im 19. Jahrhundert unsere europäischen Städte in die neue Welt, nach Südamerika, nach Nordamerika, nach Australien. Überall in den ganzen kolonialen Gebieten sehen wir ja das, was wir europäische Stadt nennen, als Struktur in den Kolonialvierteln, so sie noch vorhanden sind. Aber das, was Sie sagten, die Stärke des Mittelalters hat auch mit sich gebracht, dass Europa schließlich dank der Erfindungen der industriellen Zeit zum führenden Kontinent wurde und sich, wie Sie auch vorher sagten, in Ihren zyklischen Betrachtungen sich selbst zerlegte, indem wir halt dann auch im 20. Jahrhundert nach der Hybris die beiden Weltkriege erzeugten und uns auf die Weise schwächten und dem amerikanischen Kontinent dann dem amerikanischen Jahrhundert den Weg bereiteten. Also Europas Weg führte ja nicht unbedingt immer geradewegs zu besseren Verbesserungen, besseren Zeiten, besseren Zukunften. Europa hat sich ja selbst übernommen und hat den Preis dafür bezahlt. Meiner Meinung nach war das amerikanische Jahrhundert eine logische Folge unserer europäischen Expansion im 19. Jahrhundert. Und das chinesische Jahrhundert, was jetzt gerade auf uns zukommt, zeigt uns, dass wir da sitzen und den beiden Mächten zuschauen und unsere Kommentare abgeben. Und ich frage mich immer wieder, wohin die große europäische Zivilisation uns führen wird in der Zukunft. Was wird eigentlich unser Schicksal sein, auch wenn man es von Weitem betrachtet, mit unseren drei, vierhundert Millionen Einwohnern, die wir uns nicht einig werden und auch keine Einigkeit als Gruppe formulieren können, sitzen wir jetzt da und schauen den beiden großen Blöcken zu, den beiden großen Mächten und partizipieren auf unsere Weise, indem wir zum Beispiel wirtschaftlich uns hier und dort beteiligen und da unseren derzeitigen Reichtum auch daraus schöpfen. Aber die große europäische Vergangenheit, wo Sie erzählten, dass sie schon aus dem Mittelalter kommt, wohin führt sie und was ist Ihrer Meinung nach die Chance, die die Europäer und die europäische Stadt für die nächste Zukunft noch hat? Oder sind wir verdammt dazu, ein schönes und interessantes und romantisches Museum der Welt zu werden, wo dann reiche Menschen aus anderen Kontinenten vorbeikommen können und sagen, ach, guck mal, eine europäische Stadt, ist das nicht wunderbar? Und sich dann ein paar Luxusgegenstände kaufen und wieder nach Hause gehen in ihre etwas größeren Städte und ihre etwas größeren und technisch fortgeschritteneren Orte. Also was sehen Sie als mögliche Zukunft Europas? Ich sage manchmal boshafterweise, dass unsere Zukunft vielleicht das Museum der Welt ist. Aber schön ist die Vorstellung jetzt nicht, dass wir die Luxusmanufaktur und das Museum sind. Aber es könnte sein, dass das der Weg ist. Was würden Sie dazu sagen? Ja, first remark, if I may again on English, that we have indeed exported a type of city and its physical appearances during during the the high days of European colonial expansion. But even then it's the the very clearly recognizable grid of how cities are organized in the Americas, for instance, but also in big parts of Europe, of Africa, sorry, which were affected by European colonization, they do reflect already what has been happening in Europe itself. There has also be an internal type of that kind of 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 smaller cities which were organized and imposed. So it is not that not only linked to colonization, if we look at for instance a very recognizable type of cities in in Spain in the context of the Reconquista, in southwestern France and 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 Gascogneen, the way cities were organized, they already prefigure the way we we as Europeans have have introduced how cities physically should be organized in the and in the colonized parts of of the globe. So there is already something that concerning your first remark on what does what does medieval history brings us or gives us as an element to to answer that only the morphological thing. What is the important thing I think is that the European city as it has grown in the middle ages and it has grown in different spaces and in on the different chronological order some of them where the concentration of city dwellers was already quite big I think of northern Italy the South and low countries were already for the 14th 15th century you reach the milestone of about one third of the population living in cities which creates another kind of society not dominated by the logic of the agricultural world what happens there are a lot of ideas that will be taken up later on and will be indeed rediscovered in the 19th century as sources of inspiration namely the organization bottom up of society with attention to give as many groups as possible and of course that's a product also of internal strife and of internal conflict but giving them a voice in in how society should be organized and I think that is still well yeah indeed as you say our cities nowadays look as places where people from the far east with a much bigger purchasing power come to do some shopping to have nice pictures as a background for seeing that kind of history but I think that if Europe has to mean something it has to mean something concerning norms and values which are under pressure constantly and which are object to political strife and to debate etc. but the fact that there is debate I think has the possibility to provoke new ideas to introduce a kind of creativity concerning how life should be organized which group should participate I'm not I'm not sure that the same ideas will have the same impact in and more autocratically organized societies which may be economically much more performance nowadays but they do miss something what was typical of the European medieval period is that there was not really there was a lot of comeback between them but there was not really one power that has had the overhand and has a total control catholic church has tried to do it the German emperors have tried to realize the same but there are moments there have been moments when one of these had the upper hand but that was completely there was always opposition there was always debate and that is I think what is typical of Europe was typical and still is there is a lot of debate it's the process of European unification of coming together of the people is a very difficult process it takes time it one has to convince but there's always a counterpoint of view that can be formulated and that creates a kind of dynamic which I do not see in and you mentioned China of course China is important if only on demographical basis but it's it's difficult if I see how how norms and values which has grown out of perhaps of exactly what I had tried to emphasize the rights of individuals human rights etc that also is a very long development from these little rights people had in medievale cities which were then transformed over over the centuries into more collective rights groups I think that's important and of course Europe often appears to be quite weak appears to be vulnerable for autocratic rulers who tried to impose their point of view but nevertheless yeah I'm as far as these points are concerned I'm rather quite confident that in the long term some of these principles which are also principles guiding the American society to a very large extent will prevail and at least will have a continuing influence I mean we have I can also ask you these questions in English the point is that there have been words like the best invention that our civilization has ever created was the city the city as such the city as a place where people and groups were forced to live together that are not of the same opinion meaning you would have this creative tension between groups that will enable some sort of inventions to come about which we could call culture so the cultural spark is something that doesn't come from a single group by itself but the group surrounded by other groups which confront them and then this mixture will create culture and this is something that the European city has been doing well and we have exported it and there's other cities now that show the same type of thing and the interesting part is you in the picture that you were drawing of the European city is the European city of the Middle Ages mostly when we use the same term in Germany in our debates the Europäische Stadt we talk about the 19th century historic city which is something else than the European Middle aged city like Strasbourg like Ghent and so on yeah that's true but let's not forget that exactly in the 19th century society rediscovers the Middle Ages and tries to imitate both in its physical aspects finishing all the domes yeah for example Violet Le Duc and people like that but also on the on the the way society functions and is organized in in my country and in some cities the which was one of the renewing movements at the end of the 19th century and the labor movement was clearly inspired and even in its in its in the way it it presented itself to the general public by what they thought were their medieval ancestors it's 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 not a coincidence that for instance in my in my city all these publications by Pirenne and others were translated and were published by the very early socialist newspapers and by and by people who tried to to have a clear voice in the debate on how should our society talk about the end of the 19th century evolve so that that reinvented medieval past was a very clear source of inspiration for emancipatory movements in the late 19th early 20th centuries and so I would not say that the 19th century you cannot look at it and isolate it from its own historical occupations and the way they sought to not only get inspiration but also to legitimize their own options so it's more or less a continuum that's why I put the emphasis on the on the medieval period to show that that's it's where it comes from and that has been reused reinvented sometimes without very well realizing what exactly had happened in the middle age but it's an ongoing process and it's that sense of being the hairs of of big communal and urban movement that continued well into the 19th century do you see a future for these thoughts in the upcoming times first of all I'm a historian I'm already find it very difficult to explain history so I'm always a bit it's always a bit tricky when we are okay no 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 it's not so easy to look ahead for a historian but well yeah we look ahead but we also have a rear vision constantly so yes I think I think that some of the basic ideas what I try to emphasize also is that the type of and these are the ideas I mentioned from Gorevich and others that the type of the European citizen the burger with his own rights be it that a lot of a big deal of the population was excluded did not have access not yet to these same rights but the fact that these rights being an individual having also a set of obligations towards the community towards the society towards a city in which he or she lived that has been important to 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 create a certain set of norms and values which with big words we can subscribe or circumscribe like human rights etc I think these are the things that will be if you look at and there are already indications that for instance the younger generations in China once they attain a certain level of 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 welfare of of prosperity will not as easily follow the directions that are put that come down from central authorities so there you have that and that I think is one of the the major heritages which we can take from these historical periods is that there is a tension between what the individual wants what his rights are and what his rights and obligations are towards a more broader society and in that respect I'm not saying that I'm naïve and confident that we will live it's not that we will ever live in a bigger and a better society but it evolves I should I will to we will have to to do do to do I will you will maybe to know you to do and to do do to to that we tried to to korean group of plan to do to 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 talk to to . der Buchmesse Korea, versuchten wir darüber zu reden, was denn der öffentliche Raum, Urban Space, den wir in Europa ganz besonders schätzen und ganz besonders nutzen und wissen, was wir damit haben und der eigentlich unsere Städte in Europa charakterisiert. Nämlich, dass es das Öffentliche gibt, es gibt das Halböffentliche und es gibt das Private und die öffentlichen Räume, die wir haben, die schätzen und kennen wir seit sehr langer Zeit, möglicherweise schon aus dem Mittelmeerbereich seit römischen, griechischen Zeiten, weswegen die Qualität der Ausführung von öffentlichen Räumen, besonders in den Ländern, in denen es warm ist, Spanien, Italien etc., Anrainer des Mittelmeers, dort ist die Qualität und Ausprägung des öffentlichen Raumes sehr weit fortgeschritten aufgrund der ganzjährigen Benutzung und die Qualität und Ausprägung des öffentlichen Raumes in den skandinavischen Ländern lässt zu wünschen übrig, weil sie auch nicht so viel Zeit darin verbringen können. Aber wir haben festgestellt, dass das ein Merkmal der zeitgenössischen europäischen Stadt ist, dass wir einen öffentlichen Raum kennen und dass wir diesen öffentlichen Raum nutzen und dass dieser öffentliche Raum zum Beispiel unser Forum ist, unser Ort der Auseinandersetzung, der Debatte, der Demonstrationen, aber auch des Marktes oder wie im Mittelmeerbereich dieses abendlichen Flanierens um das Kennenlernen des restlichen Dorfes und so weiter. Das ist etwas, wenn Sie in der Welt reisen, werden Sie feststellen, das existiert nicht. Das existiert nicht auf diese Weise in nordamerikanischen urbanen Gebieten, in asiatischen Ländern überhaupt nicht. Und dann haben wir in einer Tagung versucht, den europäischen öffentlichen Raum zu analysieren und zu schauen, was ist in Korea, da gibt es ja nun auch so etwas, was zwischen den Häusern ist, ist das auch öffentlicher Raum und es ist es nicht. Das, was man dort tut, ist nicht das, was wir tun. Und Sie gehen in einer Gruppe zum Beispiel in ein Gebäude rein, um in der Gruppe im Gebäude drin etwas zu veranstalten. Zum Beispiel Karaoke singen gemeinsam. Da gibt es Orte für, wo eine Gruppe nach der anderen in einen Raum geht und fröhlich Karaoke singt. Dann gehen Sie wieder raus. Draußen passiert gar nichts. Sie würden gerne was machen. Die moderne Stadtplanung versucht, europäische Orte zu imitieren von den Dimensionen. Aber da passiert dann nichts, weil es das nicht gibt. Und in den USA, wie Sie alle wissen, funktioniert es nicht. Es sind die europäisch geprägten Städte mit ihren Innenstädten, Boston und so weiter. Oder natürlich sieht das in Mexiko City und in Südamerika ähnlich aus wie bei uns, weil es kolonialisierte Orte sind, wo sie auch die Strukturen aus Spanien, Portugal mitbrachten. Aber das ist also interessant. Das, was wir öffentlicher Raum nennen und so wie wir ihn verwenden und benutzen und schätzen oder gefährdet sehen, zum Beispiel jetzt in Corona diskutieren wir drüber, der öffentliche Raum, wird da jetzt zu viel benutzt von manchen Gruppen? Auf welche Weise? Oder ist das in Ordnung? Und das ist etwas, was eine Diskussion, die wir nicht in Asien führen können, nicht in den USA. Das ist also offensichtlich zivilisatorisch eine europäische Errungenschaft. Und das würde jetzt Ihren Argumenten entsprechen, dass Sie sagen, sehen Sie, da ist was übrig geblieben aus den mittelalterlichen Zeiten. Und diese Qualitäten gab es ja schon vor 800 Jahren. Und natürlich gab es sie auch schon in Griechenland. Und da wurde sie auch schon an den öffentlichen Orten diskutiert. Also, es gibt also diese zivilisatorischen Errungenschaften, die wir haben und die uns unterscheiden offensichtlich von anderen Gebieten der Welt und zwar massiv. Die Architekten würden das gerne definieren, die Stadtplaner und daraus Regeln erschaffen. Aber es lässt sich nicht als Geometrie einfach exportieren und mit Leben füllen. Das geht nicht. Es funktioniert nicht, wenn man es in Seoul probiert. Das ist nicht dasselbe. Und das finden Sie interessant zu beobachten. Und wir denken, das ist etwas, was wir geschaffen haben, was mit unserem Leben zusammenhängt, mit unserer Stadtstruktur. Kommt das aus dem Mittelalter? To a big extent, I think so, yes, yes. Es ist nicht nur die Raum in sich, die ist natürlich wichtig, weil es gibt, es gibt viel Platz für viele Dinge, aber es ist auch was passiert und was das Raum möglich macht, nämlich öffentliche Manifestationen, Diskussionen, von der Agora der Grieke Zeiten zu den großen Marktplätzen und Mediehäuveler, die, wie ich gesagt habe, und manchmal, sicherlich in den 13. Jahrhundert, wenn man sieht, dass dieses kommunale Bewegungsmögliche geht, wurde automatisch gegründet. In viele Städte in den Süden-Nederlanden, die ich besser kenne, weil ich diese viel studiert habe, aber auch in Italienischen Städten, wobei man diese große Pläten haben, wobei öffentliche Manifestationen können stattfinden, wobei manchmal Konfrontationen auch stattfinden, und ziemlich violent bei einem bestimmten Momenten, aber wobei auch Diskussionen können stattfinden. Und so ist es nicht nur das Raum in sich, das ist primordial, funktionell und notwendig, aber auch was es für benutzt und wie es ist. Der Zugang zum Marktplatz, der Zugang zum Markt in sich, aber auch der Markt von Ideen und Veränderungen. Ich denke, dass das alles wert ist. Ich bin nicht so sicher, ob es vielleicht, ja, in bestimmte Teilen des USA, ich denke, die Städte und die Oostkosten, haben viele Europäische Erinnerungen. Das kann auch in den resten des Ländern diskutiert werden. Aber ja, ja. Kannst du es exportieren? Ja. Ich denke, das ist dein Feld der Studie, Architektur und Urbanaal Planung. Ich denke, ich denke, dass du es wie das exportieren kannst. Die Frage ist, ob wir es exportieren müssen? Aber es ist ein Feld, das ist da, und Leute können es aufnehmen, oder nicht? Ich meine, ja. Und wir wissen, es ist nicht etwas, das wird da, von einem Moment nach dem anderen sein. Aber ich nehme zum Beispiel, wie die Chinesische Studenten versucht haben, um die Chinesische Erinnerungen zu nutzen, mit horribles Effekten zu nutzen. Natürlich wissen wir alle. Aber da sieht man, wie ein öffentliches Debatte versucht, um auf urbanaal Raum zu bekommen. Und ich denke, dass diese wichtige Momenten wichtig sind. Es wird vielleicht ein oder zwei Generationen geben, weil wir das in einer anderen Weise sehen, aber ich denke, dass die Erfahrungen, die Europäische Erinnerungen hat, über die Jahrzehnte, nicht so ausfallen werden, und ich bin nicht sicher, ob es diese werden als, mehr oder weniger, Dinge, die man in ein Museum legt, um sie zu sehen, um sie zu sehen, um sie zu sehen, um sie zu sehen. Aber nein, nein. Es spielt eine Rolle. Ich denke, dass alle kinder Immensiparteitäre Bewegungen, in viele civilisationen, müssen sie auch in der Raum, und in der Art und Weise, die Menschen und Gesellschaft funktionieren und organisiert werden. Also, ich bin nicht so pessimistisch. Man kann sich pessimistisch sein, um kurzfristige Evolusten zu sein, und zwar, es gibt auch viele, dass wir große Probleme in Europa haben, um die Immigranten zu sein, und die ganze Weise, dass wir neue Gruppen, die unsere Städte entkommen, die unsere Städte sind, die unsere Städte sind. Ich lege vielleicht 40 bis 60 km von der Kost, von der anderen Seite des Kanäles. Was da passiert, ist eine klare tragedie, Tag nach Tag nach Tag. Aber diese tragedien haben oft passiert, und ich denke, wir müssen sie mit dem in eine Art und Weise vorangehen, die Rechte von individuellen und kollektive Interessen, können, aber wenn man es will, wenn man es will, wenn man es will, kann es akzeptieren, kann es in eine andere Art und Weise organisiert werden. Und es gibt einige Werten, die wiederum, ich denke, haben sehr feste historische Rechte darüber, wie die Städte in Europa begleitet wurde. Das ist nicht das gleiche Städte, die Städte in der Osten und in anderen Gesellschaften bezeichnet werden. Und das ist zu einer großen Art und Weise ein medievales Legacy. Aber ein anderer mittelalterliches Überbleibsel ist doch auch eher negativ, dass wir zum Beispiel sagen, ja, das war die Zeit, in dem Fürstentümer sich gegenseitig umgebracht haben, und dies waren sehr kleine Fürstentümer, und die Idee, dass man in einem größeren Staatenbund etwas erreichen kann, hat keine große Vergangenheit und Historie in Europa. Abweichlinge sind halt ausgewandert, und nicht eingewandert, sondern die, die nicht zurecht kamen, die sind dann halt in die neue Welt. Und die alte Welt blieb dann so unter sich, und die nächste Gruppe an Abweichlern konnte dann auch wieder gehen. Aber wir haben keine Vergangenheit von Gruppen, die zu uns hineinkommen, und wir formen dann alle zusammen ein größeres verständnisvolles Bündnis. Das ist nicht ganz unsere Geschichte, und wenn wir jetzt auf die EU schauen, dann sehen wir doch fast schon wieder so ein farbiges, solche farbigen Karten, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen, wo diese und jene Gruppen sich mal so rum und mal so rum organisieren. Wir sind nicht eine schlagkräftige, vereinte Gruppe von Nationen und Menschen, die jetzt ihr gemeinsames Schicksal anschauen und gemeinsam ihren Weg gehen wollen. Das ist doch ein eher negativer Aspekt, den wir aus dem Mittelalter geerbt haben. Ja, ich denke, es sind zwei logiken hier. Es ist die logik von einem Prinzlichen Staat, der will auf die koste von anderen konfliktenden anderen Staaten. Und es ist die logik von Städten, die zu einem großen hoffen, in der Medieverwere Zeit, von kommersielle Eliten. Die wollen nicht um andere territorium, sie wollen um Markets um. Das ist natürlich nicht das gleiche Sache. Auf der anderen Seite wird man die emphasis auf violence und auf domination. Auf der anderen Seite wird man die emphasis auf economic Erfolg. Es gibt also diese zwei konfliktende Polen von wie das Wenn wir schauen, und ich bin enormes Schritte über die historische Situation, ja, natürlich, aber trotzdem, mit all its imperfect aspect, and all its going on step by step towards a certain kind of unity or at least to mutual comprehension of all the parties involved. I don't think, I mean, it is a fact that we were both, I assume, judging your age, we were both born of the world wars, but if I remember the details told by my parents, by my grandparents, they lived quite different times, I mean, that's how imperfect it may be process of European unification, at least has broad peace within Europe, has allowed, without, I mean, the whole, the whole situation now of the Covid pandemics, we, at least in big parts of Europe, not everywhere, I know, there are parts of the eastern part of Europe which are not so well prepared, and not effective in their responses to the pandemic, but nevertheless, the welfare state, if one wants to accept it, does offer a kind of protection against this kind of risks, that has never been the case for previous generations. This is not, I'm not saying that all this comes from the medieval city, but it comes again from a society which is organized on a certain kind, or a certain set of values and norms, which have grown over time, during history, and which have resulted in a society which I think is still offering some kind of protection, both for the individual and for groups who are active in it, so, it's not that negative. Peter Cantola Schmal hat eben erwähnt, dass die Bewegung, die migratorischen Bewegungen eigentlich weggingen eher von Europa, als dass wir hierher kamen. Heute ist die Situation umgekehrt. Die Auswanderer damals, hauptsächlich im 19. Jahrhundert, waren allerdings auch Auswanderer, zum einen die aus den Städten kamen, die Freiheitsideale hatten, andere waren aber ländliche Bewohner, die unter der Armut und dem Elend litten, und in der neuen Welt versuchten ihre Zukunft zu bauen. Umgekehrt, diejenigen, die jetzt hier nach Europa kommen, die wollen nicht aufs Land, die wollen in die Stadt. Also da hat die europäische Stadt auch wieder etwas, was andere Staaten so nicht bieten. In dem Sinne vielleicht auch wieder die Hoffnung, dass Stadtluft frei macht. Aber dieser kurze Einwurf von mir sollte nur dienen, um Ihnen, verehrte Gäste hier im Raum, die Möglichkeit zu geben, sich zu Wort zu melden und Ihre Beiträge zu dieser Debatte um die europäische Stadt und zur Identität Europas mitzugestalten, mitzuformulieren. Bitte sehr. Ja, einer muss immer die erste Frage stellen. Vielen, vielen Dank zunächst mal für den Vertrag, für die Diskussion, die Anregungen. Marc, du hast damit zu Recht angefangen, natürlich mit der Tatsache, mit der Beobachtung, die wir alle erleben oder auch lesen können, dass die Welt sich dann mehrheitlich über 50 Prozent jetzt in einer Phase der weiteren Urbanisierung befindet. Zum Teil auch so, dass Soziologen, Geografen, Urbanisten sagen, die Stadt ist jetzt so wie die Gesellschaft, überall Raum und, 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 dass es bald keine Stadt mehr geben wird, weil alles städtisch wird. Und daraus entwickeln sich natürlich zum Teil perverse Phänomene, die wir in diesen Megalopolen in Asien, Afrika, Südamerika beobachten können, chaotisch und, und, und. Also die Frage ist, inwiefern dieser historische Prozess, den du beschrieben hast in Europa mit dem alten Sockel der Romanisierung, dann der mittelalterlichen Entwicklung einer städtischen Welt, die sich als städtisch verstanden hat und daraus die Gesellschaft so performiert hat in der Stadt, inwiefern kann es nur, kann es uns noch vor dieser Entwicklung retten? Das heißt, inwiefern die Geschichte unserer Städte in Europa bewahrt uns davor, dass wir ein Schicksal der chaotischen Megalopolen der anderen Kontinente eventuell leben könnten? Ja, wauw, das ist nicht einfach. Aber eine der Dinge, die man muss sich herausfinden, und ich habe es in meinem Papier gebeten, auf jeden Moment gebeten, ist natürlich das, was wir jetzt sehen, diese massive Migration nach den Städten, und die, inwiefern alle Prozessungen prägen, dass das weitergehen wird und sogar schlimmer werden wird, in einigen Fällen. Natürlich hat das auch schon in den Mittelnäuten passiert. Wenn wir wissen, was wir, mit guten Gründen in historiografie wurde, das Urbane Graveyard-Effekt, das bedeutet, dass die Menschen wussten, dass die Todes, sicherlich einmal, aus dem Mitteil des 14. Jahrhundert, die Todes wurden endemisch, und fast jede generation, einmal in ihrem Leben cycle, hatte die Todes, oder ein anderes Kindes, epidemische Krankheit. Aber trotzdem, die Todes fortsetzen Menschen, immer neue Hordes von Menschen, die manchmal aus dem Näherlandischen Landen kommen, aber wenn wir über größere Todes reden, kommen oft aus einigen Städten. Ich denke, es hat mit dem Idee, dass man mehr Möglichkeiten hat, in den Städten. Die Städten, im Vergleich zu dem Landen, haben immer in der Geschichte mehr soziale Services zu offerten. Hospitals, wiederum, nicht immer schnell accessibel für alle, aber sie waren da. Es gab Möglichkeiten. Also, ja, ich denke, wenn wir auf die Geschichte, sogar außerhalb Europas, die Städte, die concentrations von Wealth, von Possibilitäten, von Services, hat immer die Leute attraktiviert, und wir weitergehen zu tun, weil, insbesondere, dass sie ein schlechtes Leben haben, für ihre Kinder, für die Menschen, die von ihnen kommen, und, richtig oder nicht, denken, dass die Stadt ein besser Ort sein wird, um das zu verstehen. Das wird natürlich größere Probleme, das ist ziemlich klar. Aber wir sehen, dass wir, sogar in die Vergangenheit, mehr oder weniger Stadt, die haben adaptiert, die haben versucht, um das zu arrangieren, und das ist ein bisschen die Idee, die von Barber geplant wurde, die Stadt und lokale Autoritäten, oft, weil sie viel dichter sind mit den Problemen, die sie befinden, vielleicht besser sind die problematische, als Städte und große haben, die, natürlich, ein bisschen bureaucratische distance haben, die sie nicht immer ermöglicht, um zu arbeiten. Eine Stadt wird ein besser Ort zu antworten, als eine andere. Das ist sicher, das hat immer der Fall. Aber das Werte von Attraction, glaube ich, hat dort in der Vergangenheit nicht immer sehr leicht zu erklären, aber es weitergeht. Ich meine, ich habe gerade zu was, auf dem Kost, von Nordrhein-France und Belgien, wenn man all diese Menschen wollen, ich meine, Wer möchte zu England? Diese Menschen sind. Sie haben die große Idee, dass sie dort ein besseres Leben haben. Ob es das real ist, ist eine andere Frage. Aber es ist was die Menschen von Europa, von Deutschland, von Belgien, von France, von Italien, die in den 19. 20. Jahren hatten die gleiche Idee. Es ist die Idee die sehr sehr auf die ich die Idee des der Augustine des Diehl. Das ist auch von religiösen, eine sehr kraftvolle image die in collective Attitudes und collective memory und ich denke, das wird weitergehen. Das ist wie die Menschen reagieren. Lass uns nicht vergessen, dass die Menschen die da sind und die die von von Afrika, von Asien zu europäischen Städten oder das ist das die 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 wirklich etwas machen wollen. der Leben ist. Das schafft Möglichkeiten. Und einige werden sie nehmen, andere nicht. da gibt es zwei Aspekte zu, das eine ist, man muss sich fragen, die Einwanderer sind ja nun schon in Belgien, warum wollen sie jetzt nach England? Da gibt es Gründe für. Warum riskiert man sein Leben? wenn man schon in Belgien ist, sie könnten in Belgien, in Frankreich irgendwo illegal untertauchen und sie werden wahrscheinlich Leute finden, die aus ihrem Land stammen und ihre Sprache sprechen und so weiter. Sie wollen aber nach England und da gibt es einen Grund. Ich vermute, der Hauptgrund wird sein, dass es in England keine, es gibt keine Pflicht, sich zu melden. Es gibt kein Personalausweis, sie können nicht ihre Adresse beweisen. Wenn man in England ist, ist man in England und bei uns gibt es die Meldepflicht, du musst deinen Personalausweis raus, da steht deine Adresse. In England gibt es das nicht. Wenn man in England ist, ist man da und dann ist das für die Polizei genauso wie der, der schon zehn Jahre da ist. Also wenn man da ist, dann hat man es quasi geschafft und dann muss man noch seinesgleichen finden und dann Möglichkeiten suchen. Offensichtlich ist das einfacher, sonst würde es sich nicht herumsprechen, dass es sich lohnen könnte, sein Leben zu riskieren, um dort weiterzumachen. Da muss es also einen Grund geben und der ist kein Märchen, das wird ein Grund sein, der offenbar von verschiedenen schon probiert worden ist und der weitererzählt wird, wir haben es geschafft, du kannst es auch schaffen. Das andere, was sie meinten, ist diese gigant-humanischen, riesigen Städte, die jetzt entstehen und entstehen werden, besonders Afrika im Bereich südlich der Sahara, da wird es voraussichtlich Städte geben, die sehr bald die 50, 60, 70 Millionen Einwohnergrenze erreichen, also Städte, deren Bevölkerung so groß ist wie die ganze Bundesrepublik und die Organisation solcher Städte hat nichts mehr zu tun mit unserem Verständnis von Organisation von Stadt, hat auch nichts mit unseren Strukturen zu tun. Das sind aber interessante Phänomenen, die wir noch nicht als Phänomen betrachtet haben, weil offenbar funktioniert eine Stadt mit 40, 50 Millionen, die keine klare Regierung hat, die auch keine klaren Gesetze hat, trotzdem werden die Dinge weiter, die essen und trinken alle, sie kommen alle zu ihrem Essen, es gibt irgendeine Art von Gesundheitsvorsorge, es gibt irgendeine Art von Transportsysteme, also es gibt interessante Organisationssysteme, die wir nicht kennen und nicht verstehen, aber sie scheinen auf eine Weise zu funktionieren, das heißt, man könnte eigentlich als Wissenschaftler forschen, wie diese Zivilisation dort sich organisiert, welche Methoden sie hat und worauf die beruhen, das sind nicht unsere und sie sind aber interessant, weil sie scheinbar funktionieren und es gibt die ersten Forscher, die das versuchen zu verstehen, das ist nicht so einfach, aber es gibt ja auch andere Gebilde dieser Größenordnung und Komplexität, das sind jetzt moderne Theorien von Chaosforschung, die, wo man schaut, polyzentrisch nicht von oben, nicht von oben definiert und das sind interessante Aspekte, die man vielleicht mit großer, mit großer Computerkraft wird nachvollziehen können, vielleicht es ist interessant und denn sie, das was da geschieht, ist nicht unorganisiert, nur anders organisiert und deswegen ist es auch erstrebenswert, dort mehr herauszufinden. Hier ist noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, Sie haben jetzt zuletzt den ganz großen Weitwinkel aufgespannt, also die Megalopolen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, sind eine andere Kategorie als das, was wir zur europäischen Stadt gehört haben. Ich denke, die europäische Stadt ist die Wurzel einer bürgerschaftlichen Gesellschaft, bei den Megalopolen kann ich mir keine bürgerschaftliche Gesellschaft mehr vorstellen. Die können wir uns nur in den Größenordnungen und in der Struktur der europäischen Städte vorstellen und da glaube ich, haben wir es mit sehr widersprüchlichen Entwicklungen zu tun. Also ich selber schaue noch nicht auf eine sehr große Lebensspanne zurück, auf 70 Jahre jetzt. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in einem katholischen Dorf, 700 Seelen, mit der festen Überzeugung, dass ein evangelischer Flüchtling, der aus dem Osten kam, nicht in den Himmel kommen kann, sondern mindestens ins Fegefeuer, möglicherweise aber auch in die Hölle kommt. Für mich war die Stadt wirklich das große Versprechen einer Welt geworden, in der überhaupt Individualität entfaltet werden konnte und etwas Eigenes entfaltet werden konnte. Und da glaube ich, geht es jetzt mir, die Frage ist für mich gar nicht, kann das europäische Modell exportiert werden? Für mich ist eher die Frage, kann das europäische Modell verteidigt werden? Und nicht als Museumsstadt, wie Sie es vorhin skizziert haben. Und ich denke, es gibt viele Aspekte, wo wir tagtäglich versuchen, diese Stadt zu verteidigen und Ihr Museum ist eines der prominenten Beispiele dafür. Dieses Museum schenkt der Stadt eine Planung für die Schweizer Straße, irgendwann mal vor ein paar Jahren. Und das ist ein bürgerschaftlicher Diskurs. Ihr Museum schenkt der Stadt eine Ausstellung darüber, was uns erspart geblieben ist an Stadtplanung, an schrecklicher Stadtplanung, wo man sehen konnte, was es an Entwürfen für die Innenstadt gegeben hat. Das sind bürgerschaftliche Diskurse, wo wir uns um unseren Lebensraum und den öffentlichen Raum kümmern. Das ist dort gewachsen. Aber gleichzeitig haben wir Entwicklungen, die, ich sage mal das Stichwort Globalisierung, die Leute, die in der EZB sind, und das sind ja nun auch Leute, die zur Elite gehören, die Leute, die in der Deutschen Bank und in der Commerzbank und wo überall sitzen, die interessieren sich für diese Fragen nicht. Und das ist etwas, der zerreißt gewissermaßen ein Welt, sozusagen ein globalistischer Horizont, unsere Wurzeln einer bürgerschaftlichen Gesellschaft, die in der Tradition der europäischen Stadt entstanden ist. Allerdings zu einem anderen Thema. Ich wollte gerne noch mal zurück zur Identität Europas. Würde sich denn Ihre Vorstellung von dem, was sich aus der mittelalterlichen Stadt dieses typisch europäische entwickelt hat, auch als Abgrenzungskriterium eignen? Wir haben ja in Europa auch ein Problem, dass sehr viele Länder ein Interesse gezeigt haben, dazu zu kommen. Aber wir haben auch gesehen, dass in den letzten Jahren eben relativ viele, vor allen Dingen am ostlichen Rand und am südöstlichen Rand bestimmte Kriterien, von denen wir gehofft haben, sie würden sie relativ bald erfüllen, nicht erfüllen und möglicherweise auch nicht erfüllen werden. Bietet da diese Idee von europäischer Stadt, mittelalterlicher europäischer Stadt ein Definienz, sozusagen ein Abgrenzungskriterium, wo man sagen kann, das gehört dazu, das gehört nicht dazu. Und ganz kurz noch, ich komme aus einer katholischen Kleinstadt, wo die evangelischen nicht in den Himmel kamen, ganz deutlich. Ja. 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 I want to, I want to, to react to that, as I mentioned also, of course, in an optimistic way, could you say the city is open to all newcomers. The city will provide with some rights and possibilities. But you have and that's bereits sehr nahe, sehr intimately, und man sieht es in viele Varianten, in Medieevehle Städte, es gibt auch Obligationen für die Neugehörden. Und tatsächlich, eines der Dinge, ich erinnere mich, am Ende des 12. Jahrhundert, in viele urbane Constitutions und Rechtes, es ist erwähnt, dass Menschen werden, wenn sie inutilis sind, unvergleichbar sind. Also von Anfang an gab es natürlich criteria für Menschen zu exclusiven. Es gab natürlich Menschen, die nicht mit der dominante Katholische Kirche verliehen, natürlich, diese waren heretikken, aber es geht auch um Menschen, die nicht zu den Wettbewerbungen der Stadt, zu ihren Wirtschafts-Economie, die klar wurde, also die Idee, dass die Stadt öppert zu allen ist, immer hand in hand mit der Idee, dass es limitieren gibt, und es gibt bestimmte Anhalte und Obligationen, die man muss mitzonen, um zu akzeptieren zu werden. Und man kann sich auf ein bestimmtes Anhalte sagen, wenn man sich auf die Europäische Union anschauen sieht, dass es auch eine Diskussion geht. Es geht nicht nur auf die Europäische Union zu sein wird, sondern auch mit Menschen, oder mit Nationenstaten, die nicht wirklich widmen, irgendwelche fundamentale Europäische Rechtes und Normen sind. Und wie Polen und Ungarn sind jetzt auf bestimmte Anhalte auf bestimmte Anhalte gegen die Organisation der Gesellschaft, auf der Justizität in den Fallen von Polen. Ich glaube, dass wir wieder eine Diskussion über die ist, oder wie ein Mitglied der Klub ist, oder wie nicht. Ich glaube, dass das fast nicht möglich ist, wenn man das so gemacht hat. Das werden sehr schwierige Diskussionen, ich bin sehr gut von. Das ist ein Blick auf. Aber wenn man auf eine Stadt umgarten nach einer Stadt zu einem Jahren vorhin, und ich denke, dass du heute an sich umgarten nach einem Land umgarten nach, gibt es einige Anhalte, und man muss es mit und muss es akzeptieren, sonst nein. Es ist natürlich nicht in unserer Judagssysteme, ich denke. Herr Schmarr? Aber es ist ja auch interessant, dass wir die Rolle als Einwanderungsland, als Einwanderungskontinent noch nicht wirklich angezogen haben. Wir sind noch nicht die neue Welt und wir versuchen in die Rolle reinzukommen, die wir längst seit Jahrzehnten schon haben, aber noch nicht verinnerlicht haben. Und das sieht man daran, dass zum Beispiel vor einigen Jahren haben wir die Ausstellung Making Heimat gemacht und haben mit dem kanadischen Autor Doug Zornes zusammengearbeitet. Der hat mit uns diskutiert, es war natürlich 2015 ein besonderes Jahr, 2016 und der sagte dann als Kanadier, der in Europa viele Jahre stationiert war für seine Zeitung, sagte er, eins verstehe ich jetzt nicht ganz genau, ihr wollt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Humanitarian Refugees haben. Ich sagte, wir in Kanada wollen keine Humanitarian Refugees, wir wollen die Economic Refugees, weil wir da überzeugt sind, dass die ihr Leben aufbauen wollen. Und ihr versucht jetzt die armen Schlucker, die auf dem humanitären Ticket kommen, hereinzulassen. Und die anderen, die wollt ihr diskreditieren und nennt sie Economic Refugees. Und da sagt er, wir gehen nach Syrien und bauen dort Stationen auf und scannen die Leute und interviewen sie schon. Und wenn sie die sind, die wir als hoffnungsfroh für unser Land sehen, als useful, die fliegen wir rüber, dann kriegen die sofort ihr Visum. Wir geben denen Kredit und wir wissen, dass die in einem halben Jahr die ersten Angestellten haben werden. Und wir wissen, dass die in fünf Jahren Steuern zahlen werden und so und so viele Angestellte haben werden und ein Business geschaffen haben. Und die suchen wir in Syrien. Und ihr wollt die vermeiden, dann kommen sie halt zu uns. Und das verstehe ich nicht. Wie wollt ihr denn diese ganzen Leute nehmen? Und vor allen Dingen, wie könnt ihr überhaupt Leute nehmen, ohne zum Beispiel eine Abschiebung gleichzeitig zu präsentieren und zu sagen, die, die sich nicht bewähren, müssen wieder raus. Warum habt ihr keine Abschiebung? Wie kann denn das funktionieren? Also das war unser Diskussionsstand. Und da merkt man, das ist die neue Welt, die sagt, wir wollen bestimmte Leute haben. Wir haben Punktesysteme. Wir werden schauen. Und dann holen wir Leute, weil wir sie gebrauchen. Wir können sie gebrauchen, wenn sie zu uns kommen wollen. Und ihr macht das anders. Aber wie soll das klappen bei euch? Also das war die Diskussion. Und da merkt man, das ist ein Einwanderungsland. Natürlich haben sie ein großes Wasser zwischen sich. Die brauchen nicht zu befürchten, dass jemand gelaufen kommt. Da muss er erst durch die ganze nordamerikanische Kontinent laufen. Aber die haben es also etwas einfacher. Aber die gleiche Haltung ist eine Haltung, die zum Beispiel Polen gerne anziehen würde sich. Und da werden wir uns nicht ganz einig. Natürlich sind die osteuropäischen, gehen sie nach Prag, natürlich sind das europäische Städte, europäische Zivilisationen. Sogar die Georgier würden gerne in die EU kommen. Und Tbilisi ist eine europäische Stadt unter anderem. Nicht nur, aber auch. Und man sieht, da ist viel möglich. Aber wir müssen uns die Rolle als Einwanderungsland erst anziehen. Und da tun wir uns doch schwer mit. Und ich würde sagen, in Ostdeutschland, Sie haben ja die Schicksale, Sie haben andere Schicksale in Belgien mit Ihren beiden Nationen. Aber wir haben eine ostdeutsche Bevölkerung, die näher an der polnischen und der tschechischen Bevölkerung von der Denke ist, als an der Westdeutschen. Und das ist nicht ganz einfach. Die würden auch so einen jemand wählen, wenn sie konnten. Das waren die letzten Worte des heutigen Abends von Café Europa, die europäische Stadt. Das Thema war ein starkes Prisma, es hat viel unterschiedliches Licht geworfen. Ich bedanke mich bei Marc Bohne, dass er aus Gent gekommen ist. Ich bedanke mich bei Peter Katschola-Schmal, dass er hier in die Romanfabrik gekommen ist. Wir bedanken uns bei Ihnen, Publikum hier in der Romanfabrik und zu Hause an den Bildschirmen. Besuchen Sie uns wieder zum nächsten Café Europa. Danke sehr. Applaus Vielen Dank.